Der Gedanke für den Dach Heute, man macht gewählös, passt auch an der Porch über Sauer Sankt Pirmin. Was möchte ich rösen? Oder was räche ich dich ab? Um Fernsehen hatte ich dieser Dscheng-Ämpfroh dazu geguckt. Wenn ich am Stahl stehen, weiß, dass ich zu spät auf das Rendezvous komme, hat eine junge Frage entführt. Ungerechtigkeit möchte mich rösen, so den anderen. An einen älteren Mann, der sich nach ganz gut in die schweren Zeiten um Krieg konnte erinnern, hört sich drüber abgerächt, dass so viele Lebensmittel weggehalten gehen. Es hört den Leuten richtig gut gesehen, wie gut es ihnen gedauern hat, die Roserei mal ein paar können unzuschwätzen. Er ist nämlich nicht gesund, wann ihn immer alles raufschlägt, wer den aufricht. Das Sprichwort sieht nicht für neust, ich kache für Roserei. Heinz, du, die das war gut, wann ihm mal nehmendessen klänge Sätze kann soen. An der Bibel ho nicht zwei gescheit rösen die Pfund am Umgang mit der Roserei. Lass uns nicht über die Roserei hinzugehen, hießt es im Neuen Testament. Es steht nicht am Text, dass er sich nicht abgerächtet und konträr, was mich etwas abgerächt, bedeutet, dass man die sehr wichtig ist. Wenn ein Mensch sich zum Beispiel über Ungerechtigkeit abgerächt, bedeutet, dass die Ungerechtigkeit hinweg keine leist, an es kann sich dann überleihen, wie ihn etwas unter Situation kennt ändern. Mit soll es in der Roserei Grenzen setzen, allovent. Dafür lass es so nicht ewig in der Roserei hinzugehen. Wannst du mit einem gestritten hieß, da probier nach vier um Schlaufe zu gehen, zählen an drei zu bringen. Ob es gelingt, als in einer froh. Wir probieren wenigstens. Wannst du streit mit einem ab der Rebe stößt, dann höll dafür nur, ob diesen Menschen durch zu gehen. Dassel wich gilt für Streit an der Familie, an der Operschaft, an Bekannte Kreis, an der Gemeinschaft, die sich Kirch nennt. Wannst du Rose bas, da sind ich nicht. Noch so ein Tipp aus der Bibel. Roserei soll kein Exküse sein, für auszuflippen oder für sich total daneben zu behüllen. Ich bin dafür verantwortlich, dass mein Roserei mich nicht beherrscht, mir dass ich hier Grenze setze. So kann nicht viel kommen, dass ich viel schön riechen, an das nicht mehr materiell, mir auch an der See von Leid, die ich mit meiner Roserei blesseren. Nicht für nicht gehöre Roserei zu den sieben Hauptsinnen an der kirchlicher Tradition. Vielleicht riechen ich mich heute über etwas ab, nicht nicht. Dann, wenn ich johre entdeckt, wird meine egal aus, er wird auch nicht klingt laufen. Dafür will ich mich heute ersetzen, und heute noch wird friedlich und ruhig erschlupfen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe, denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.